Wie kommt der da denn? Loll! Ey der ist halt schon oben! Hey der ist halt schon oben! Der kommt von hinten dann direkt. Tür oder Main? Tür, Tür! Der geht in die Tür! Oh! Kann da noch in die Tür reinkommen Maxi oder hast du das? Brother ist noch da. Der steht oben oben. Der kann Z kommen, ja. Brother muss einfach nur CT halten und so weiter. Stell dich einfach A-Site und hab irgendwie überhaupt von Main Ausrichtung. CT. Der hat nen Schussfuß. Der hat nen A-Wernschuss, oder? Schussfuß. Der hat nen Fußschuss. On-Site Maxi. Echt? Ja. Oh, mein Gott war das krass alter. Klippt das mal einer.